Kleider kann man tragen oder anhaben. Für eine allgemeine Beschreibung benutzt man meistens das Verb tragen. Zum Beispiel im Sommer trägt man leichte Kleider. Für eine individuelle Beschreibung benutzt man eher das Verb anhaben. Zum Beispiel, heute habe ich einen blauen Pulli an. Hier noch zwei Beispiele. Den Winter trägt man braun und grün, aber Lili hat eine grüne Jacke an. Das war's. Das war's. Vielen Dank.